Ehre, wem Ehre gebührt. Guten Abend, verehrte Zuschauer und Zuschauerinnen. Für sein soziales Engagement wurde am letzten Freitag Herr Klaus Berg mit der Verdienstmedaille der Stadt Worms geehrt. Er ist heute mein Studiogast. Guten Abend, Herr Berg. Schönen guten Abend. Und ja, Herr Berg, schauen wir uns doch mal an, wie der Oberbürgermeister Ihnen die Medaille überreicht hat. Ich darf jetzt Herrn Klaus Berg zu mir bitten. Für sein über Jahrzehnte währendes, vielfältiges, ehrenamtliches Engagement zum Wohl der Gemeinschaft wird heute Herr Klaus Berg mit der Verdienstmedaille der Stadt Worms ausgezeichnet. Geboren in Worms studierte der ausgebildete Elektroinstallateur in Bingen und München Berufspädagogik und kehrte 1966 in seiner Heimatstadt Worms zurück, wo er nach Tätigkeiten als Fachlehrer am Studienseminar in Speyer und als Schulleiter an der berufsbildenden Schultechnik 2 Ludwigshafen 1994 die Schulleiterstelle an der berufsbildenden Schule in Worms übernahm. Dort kümmerte er sich besonders um Jugendliche ohne Hauptschulabschluss bzw. ohne Berufsausbildung, holte Sozialarbeiter an die Schule und trieb den Ausbau der Werkstätten im BITZ voran. Es erfolgte die Einrichtung einer Fachschule für Erzieher und als letzte Amtshandlung setzte Herr Berg den Namen Karl-Hofmann-Schule durch, bevor er 2003 pensioniert wurde. Lange Jahre war er Vorsitzender der Lehrergewerkschaft, leitet die Arbeitsgemeinschaft berufsbildende Schulen und betreute die Pensionäre der AG für ihn auch heute noch eine Herzensangelegenheit. Mit zehn Jahren schon als Messdiener und dann bei der katholischen Jugend hat sich Klaus Berg mehr als 50 Jahre lang in der Domgemeinde ehrenamtlich engagiert. Von 1968 bis 1975 war er Pfarrgemeinderatsmitglied im Pfarrgemeinderat Maria Himmelskron in Worms-Hochheim, von 1975 bis 1991 Mitglied im Pfarrgemeinderatsdom St. Peter, dessen Vorsitzender 1983 wurde. 1991 folgte dann die Wahl in den Domverwaltungsrat als stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates. Der Domgemeinde ist eher ehrenamtlich seit 2003 die rechte Hand von Probst-Hobias Schäfer in allen rechtlichen, finanziellen und baulichen Angelegenheiten. Klaus Berg hat sich überaus vielfältig ehrenamtlich engagiert. Beispielhaft können hier genannt werden Mitarbeiter im Zeltlager, Verwaltungsleiter des Pfarrbüros unter Probst-Bries, Mitarbeit bei den Pfarrfesten für den Auf- und Abbau, Mitarbeit bei den 1000-Jahr-Feiern des Doms 2018 im Steuerungskreis, Krankenkommunionsspender, Mitarbeit im Besuchsdienstkreis und im Caritas-Ausschuss, Kommunion- und Firmenkategie, Mitglied im Dekanatsrat, im Seelsorgebeirat und im Öffentlichkeitsausschuss, Bauherrenvertreter im Schuhfix, Haus am Dom in den Jahren 2014 bis 2018 und vieles andere mehr. Auf der Ebene des Dekanats engagiert sich Klaus Berg, langjährig als Sprecher der Verwaltungsräte im Dekanat und auf der Ebene des Bistums Mainz als langjähriges Mitglied im Diözesan-Kirchensteuerrat. Das Haus am Dom in den Jahren 2010 bis 2018 geplant und gebaut, liegt ihm besonders am Herzen, ebenso wie die Plätze am Kreuzgang oder auf der Domsüdseite. Momentan fordert der Ausbau des Kindergartens St. Leoba und die Fassadensanierung am Dom seine Tatkraft. Klaus Berg hat sich schon während seiner beruflichen Tätigkeit als Schuldirektor auch im sozial-karitativen Bereich des Caritas-Artsverbandes Worms engagiert, wo er seit 1994 Vorsitzender des Fördervereins St. Leoba ist und nach seiner Pensionierung seit 2004 Mitglied im Aufsichtsrat des Caritas-Verbandes. Als Mitarbeiter in der Seniorenakademie Worms hat er unter anderem jährliche Fahrten und Exkursionen für Seniorinnen und Senioren organisiert. Klaus Berg kennt den Begriff Ruhestand nicht. Seine Zeit und Aufmerksamkeit widmet er darüber hinaus auch den Senioreneinrichtungen des Caritas-Verbandes und dem Projekt Stationäres Hospiz im ehemaligen Hochstift, welches er als Caritas-Aufsichtsratsmitglied begleitet. Unglaublich, dass er es dabei doch noch schafft, Zeit für seine große Familie und seine Hobbys, Tanzen, Reisen und Motorradfahren zu haben. Im August 2021 ehrt der Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Mann, für den stets der Mensch im Mittelpunkt seines ehrenamtischen Wirkens stand, mit der Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Herr Klaus Berg ist eine Ehrung durch die Verdienstmedaille des Stadons, uneingeschränkt würdig und auch das wollen wir jetzt verziehen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus 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 Herr Landessorgkunde zur Verdienstmedaille der Anerkennung der um die Stadt Worms und ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger erworbenen besonderen Verdienste mit Bezustimmung des Ältestenrates, Herr Klaus Berg, die Verdienstmedaille der Stadt Worms verliehe mit heutigen Ratungen. Vielen Dank. Applaus Applaus Ja, Herr Berg, herzlichen Glückwunsch. Eine Ehrung durch die Stadt? Wann haben Sie denn von der Ehrung erfahren und wie? Die Ehrung von der Stadt wurde schon relativ früh angekündigt, vielleicht im Juni, Juli, dass jetzt das stattfinden soll. Dass man den Termin sich mal vormerken soll. Und ich war total überrascht, weil ich vorher keine Informationen hatte, dass da überhaupt was am Laufen ist. Und ohne dass irgendjemand das hier anstößt, passieren ja solche Ehrungen nicht. Also ich wusste schon lang, dass irgendwann im Spätherbst der Termin kommt. Das heißt, Sie wurden vorgeschlagen und dann hat man Sie angerufen? Nein, ich wurde vorgeschlagen und dann bekam ich schon, anscheinend hat die Stadt dann schon geprüft, ob man genug gearbeitet hätte, ob ich tätig war. Und dann bekam ich schon das Schreiben vom Büro des Oberbürgermeisters, dass die Verleihung der Medaille vorgesehen ist im Spätjahr. Ah ja, wenn man so eine Ehrung erhält, was fühlt man da, wenn man das erfährt? Ja, es ist schon ein sehr eigenartiges Gefühl. Ich habe ja viele Jahre, das haben wir ja vorhin gehört, schon ehrenamtlich gearbeitet. Uneigennütz ist selbstlos, für mich war das selbstverständlich. Aber wenn dann so ein Schreiben kommt und so eine Ehrung kommt, freut man sich doch ganz besonders, dass auch die Arbeit wertgeschätzt wird. Mich hat das sehr gefreut. Ich sage, solche Ehrungen sind eigentlich der Applaus der Ehrenamtler. Wir Ehrenamtler sind ja über jede Wertschätzung dankbar. Ja, Ehrenamt hin, Beruf her. Schildern Sie mal Ihren beruflichen Wertengang. Ja, ich habe gemerkt bei der Ehrung, ich war eigentlich der einzige echte Wormser, der mit dabei war. Alle anderen waren irgendwann zugesogen, Wahlwormser, wie das so ist. Also ich bin hier in Worms geboren, ging hier zur Schule gegangen, habe dann, wie auch das schon gesagt wurde, dann bei der Rhein-Elektra, einer alten Wormser Firma, eine Lehre gemacht. Mich haben handwerkliche Dinge schon immer interessiert. Aber das Lehrerblut war schon etwas in meinen Adern. Mein Vater war Lehrer, mein Großvater war Lehrer. So hatte ich das irgendwie immer noch ein bisschen im Hinterkopf. Habe dann meine Lehre gemacht, habe ein Ingenieurstudium gemacht, habe auch kurzzeitig bei BBC in Mannheim mal gearbeitet, habe dann aber gemerkt, nee, Schule ist doch eher was für dich. Und dann habe ich noch einmal drei Jahre in München studiert, am Berufspädagogischen Institut, so hieß es damals, und kam danach wieder nach Worms als Referendar. Ich wollte Lehrer werden. Ich habe da immer noch so ein lustiges Erlebnis. Ein halbes Jahr später kam ein guter Freund zu uns auch an die Schule, mit dem ich zusammen ins Seminar nach Mainz fahren musste. Dem habe ich nach zwei, drei Wochen gesagt, mein lieber Freund, ich werde mal Schulleiter in Worms werden. Da sagt er, du bist doch gerade erst Referendar. Da sage ich, ja, Ziele muss man haben, die muss man verfolgen. Und so ist es auch nachher geworden. Ich kam dann von München zurück, war hier Referendar, war dann hier Lehrer, ging dann 1976 nach Speyer als Fachleiter. Ich habe dort Referendare im Bereich Elektrotechnik ausgebildet. 1984 ging ich dann wieder ein Stück Richtung Heimat nach Ludwigshafen an die Berufsbilderschule Technik II, eine sehr große Schule. Ich habe dort zehn Jahre gearbeitet und es zog mich immer wieder näher in die Heimat. Und 1994 kam ich dann tatsächlich wieder hier nach Worms und habe die Schule an der Berufsbildenschule I, wie es damals hieß, übernommen. Ich habe die Schule, denke ich, ganz gut weiterentwickelt. Und heute ist sie auch bekannt unter dem Namen Karl-Hoffmann-Schule. Das war mir ein Herzensanliegen. Und das ist auch so ein bisschen die Brücke zur Tätigkeit in der Domgemeinde. Karl-Hoffmann hat ja viel am Dom gearbeitet, aber viele Dinge in Worms sind ja alle von Hoffmann gemacht. Wasserturm, Friedhofskapelle, Rheinbrücke. Aber er hat am Dom komplett den Westkorb gebaut, wieder aufgebaut. Und der Name lag mir sehr am Herzen, zumal wir damals auch Bauklassen hatten in der Schule und da hat es ja auch ganz gut gepasst. Ja, und der Dom hat Sie auch in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit nicht mehr in Ruhe gelassen. Sie haben sich sehr für das Haus am Dom engagiert. Und was haben Sie dann da gemacht? Denn das stand ja immer sehr in der Kritik, das Haus am Dom. Ja, also meine ehrenamtliche Tätigkeit in diesem kirchlichen Bereich, die begann 1968 in Maria Himmelskron. 1975 sind wir dann umgezogen. Wir haben dann gebaut und waren dann in der Domgemeinde und dort habe ich mich mit engagiert. Und eines der größten Projekte war halt das Haus am Dom, wo es viele Gegner gab, auch Befürworter gab, muss man fairerweise auch sagen. Es war ein harter Kampf, aber wir haben uns letztlich nachher doch für eine Lösung entschieden. Vielleicht kann ich mich noch erinnern, der erste Entwurf war ein Haus mit Flachdach und obendrin Wohnungen. Da haben wir von vornherein gesagt, das kann man nicht neben den Dom stellen. Haben lang mit dem Architekten gerungen, dass wir genau so ein Dach bekommen, wie es die Nikolauskapelle hat von der Neigung her, mit Schieferdeckung. Und sehr viele damalige Gegner sagen, es ist doch eigentlich ganz schön geworden. Natürlich, der Blick hat sich verändert, das muss man offen sagen. Wir haben jetzt durch das Haus am Dom zwei getrennte Plätze, den Kreuzgang und den Vorplatz am Dom. Aber ich denke, es sind zwei schöne Plätze, die jetzt in Worms sind. Und am Domplatz haben wir ein Lokal, das gern aufgesucht wird. Den Kreuzgang haben wir erst noch gar nicht so lange in Eigenregie gestaltet, weil wir dann kein Geld mehr hatten. Und wir konnten da viel in Eigeninitiative machen. Und jeder, der da durchgeht, sagt, hier kann man sich mal hinsetzen, ein bisschen zur Ruhe kommen, den Dom genießen. Dort steht jetzt auch seit einer Woche ein neues Modell vom alten Burgschaddom. Die Steinmetze, die am Dom ja schon seit 2002, haben wir ja die Restaurierung, die haben uns dieses Modell geschenkt. Also ich finde, das Haus am Dom ist schon faszinierend. Wenn man im Dom selbst mal den alten Dom, das Modell des alten Doms sieht, stand da ja eigentlich immer ein Haus. Der Dom war immer umgebaut, sowohl am Schlossplatz als auch am Südplatz. Aber es war halt seit 1808, glaube ich, als das Bistum dann aufgelöst wurde, alles abgerissen worden. Die Steine wurden als Baumaterialien verkauft. Es war dann halt ein anderer Blick, muss man offen sagen. Aber es ist jetzt eher wieder so, wie es mal war. Es stehen wieder Häuser dort, wo früher auch Häuser gestanden haben. Sie sagten gerade, 1968 haben Sie in der Maria Himmelsgrot angefangen. Was haben Sie da gemacht? Pfarrgemeinderat. Vorher Messdiener und die Dinge, die will ich gar nicht erwähnen. Das hat man als Jugendlicher damals so gemacht. Da ist man hingeschickt worden und hat dann die Aufgabe übernommen. Aber 1968 wurden erstmals Pfarrgemeinderäte gewählt im Bistum und da war ich in Hochheim mit dabei. Die Kirche steht aber immer noch im Vordergrund Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Welche Aufgaben haben Sie denn überhaupt während dieser Zeit alles gemacht in der Kirche? Ja gut, ich war ja zunächst im Pfarrgemeinderat, war Pfarrgemeinderatsvorsitzender. Da geht es mehr um pastorale Dinge, über Gottesdienstgestaltung, welche Gottesdienste bieten, wir waren zu welcher Zeit an, also waren mehr diese Inhalte. Aber seit ich dann 1992 in den Verwaltungsrat ging, ging es dann mehr um Bau, finanzielle Dinge, um das Geld, um Haus am Dom. Und das war natürlich eine Sache, die hat sehr viel Zeit gekostet, war mit viel Ärger verbunden, aber es gab dann auch wieder sehr angenehme Zeiten. Wenn ich an das Jubiläumsjahr denke, 2018, wo wir fünf neue Glocken bekamen, das war ein Erlebnis. Der Dom, das wissen Sie ja sicher auch, hatte früher mal 16 Glocken gehabt. Jetzt haben wir wieder acht, ich denke, das reicht und das Geläut kann sich gut irgendwo immer wieder hören lassen. Im Dekanat sind Sie ja auch engagiert. Was machen Sie denn im Dekanat? Der Vorsitzende des Dekanats ist ja der Dekan Schäfer. In der Versammlung sind die Verwaltungsräte vertreten und ich bin dort mit bei den Verwaltungsräten mit dabei. Im Moment geht es im Dekanat mehr um den neuen pastoralen Weg, wie wird sich mal die Gemeinde neu aufstellen, wie wird sich alles verändern. Das sind Dinge, die ich im Moment nur am Rande begleite. Mehr bin ich dann halt im Kirchensteuerrat tätig mit in Mainz. Und da sehen wir natürlich, wie knapp das Geld wird, wie die Kirche haushalten muss, wie Schulen abgegeben werden, Kindergärten werden zum Teil abgegeben. Aber wir sind hier in einer sehr guten Position. Wir haben eine engagierte Leiterin im Kindergarten und unser Kindergarten wird weiter ausgebaut. Und wir warten darauf, dass es bald losgeht. Sie sind auch aktiv im Bereich Caritas, der Caritas. Welche Projekte liegen Ihnen da so am Herzen? Ja, die Projekte, die vor allem im Vordergrund standen, waren die Sozialstation St. Liobar, die Betreuung der kranken, älteren Menschen zu Hause. Es gab ja früher einen Verein, der diese Sozialstation getragen hat. Der wurde 1992 aufgelöst. Dann ging die Sozialstation an den Caritasverband über. Und seit der Zeit war ich dann Vorsitzender dieses Fördervereins. Und die Betreuung der älteren Menschen lag uns da sehr am Herzen. Große Projekte waren natürlich das Wackelhaus in Worms, sagte Ihnen noch was? Wurde umgebaut in ein altes Zentrum mit sehr schönen Wohnungen, Appartements, wo Leute betreut wohnen können. Sie können dazu Leistungen vom Caritas buchen. Also es wird sehr gut angenommen. Und wir haben überall in diesen Bereichen relativ große Wartelisten. Und der Ruf unserer Häuser wie Burkhardhaus da draußen, der ist eigentlich sehr gut. Auch während der Corona-Zeit, doch, muss ich sagen. Hospiz, gibt es das auch oder ist geplant? Es gab ja die ganze Zeit schon ein ambulantes Hospiz oder Hospizbetreuung. Das haben wir als Aufsichtsrat im Caritas mit betreut. Aber dann kam halt die große Aktion mit dem evangelischen Dekanat, dass also das alte Hochstift zum Teil umgebaut wird. Und dort soll ein stationäres Hospiz entstehen. Und ich denke, das ist eine tolle Sache. Was mir ein bisschen leid getan hat, es gab ja zwei Vereine, die Hospiz bauen wollten, dass wir uns da nicht einigen konnten. Und soweit ich im Moment informiert bin, wird in Eppelsheim weiter das Projekt verfolgt. Ja, ich glaube, die Betten werden gebraucht, die Leute werden älter. Und die Leute sollen auch in Ruhe und in Ehre und würdig auch die letzten Tage ihres Lebens in so einem Hospiz verbringen können. Herr Breck, Sie haben eine Unmenge ehrenamtlicher Arbeit. Haben Sie sonst noch Hobbys? Ja, ich habe noch ein paar Hobbys, die musste ich mir zum Teil auch sicher zulegen. Meine Frau hat mich öfters mal gefragt, mit wem bist du denn verheiratet? Mit der Domgemeinde oder mit mir? Und so kam es dazu, dass wir schon seit 6, 37 Jahren einmal in der Woche tanzen gehen. Hier ganz in der Nähe, bei Schmid Seehaus, das ist was, was man gemeinsam machen kann. Das machen wir regelmäßig. Und wenn Termine in der Domgemeinde festgelegt werden, wenn es Donnerstag ist, heißt es immer, ja, der wird aber Herr Berg wahrscheinlich nicht können. Meistens mache ich das auch so, der Termin ist für meine Frau reserviert. Ja, und dann reisen wir halt viel. Meine Frau ist ja aus Korea und wir waren schon öfters dort, haben viele Reisen gemacht nach Amerika. Eine der tollsten Reisen war mit der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau nach Peking. Also es sind schon... Das Erlebnis. Das tolle Erlebnis, vor allem wenn man in den Nachrichten dann was hört vom Baikalsee, das muss man halt gesehen haben, ein See, 600 Kilometer Länge und man kann in die Tiefe gucken, das Wasser ist klar, ganz, ganz toll. Schade halt, in der letzten Zeit konnte man nicht viel reisen, aber so ein Traum von mir war immer noch, ich war noch nie in Helgoland. Das haben wir jetzt vor drei Wochen mal gemacht und hatten schönes Wetter. Die Nordsee war glatt wie ein Brett, wir waren jetzt seekrank und da haben wir mal wieder diese Reisetätigkeiten aufnehmen können. Ja, Helgoland, grün ist das Land, rot ist seekant, weiß ist der Strand. Das sind die Farben von Helgoland. Ja, das war sehr schön. Ich hatte nur ein großes Versäumnis, ich hatte kein Fischbrötchen essen können. Ach, das ist aber wirklich schwer. Wir hatten uns das vorgenommen für den Rückweg an der Fähre. Ja, das Ständchen war zu. Am nächsten Tag wollten wir nochmal hin, naja, Mittwochsruhetag, wieder kein Fischbrötchen. Also gut, ich habe gesagt, die nächste Reise beginnt dann mit einem Fischbrötchen. Müssen Sie auf die Möwen aufpassen in Helgoland, die sind da sehr auf Nahrung aus. Ja, im August dieses Jahres hat Ihnen Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes überreicht. Was bedeutet jetzt diese Medaille für Sie? Die Medaille, die hat mir auch sehr viel neue Kraft und Mut gegeben, weiterzumachen. Es ist doch schon eine überregionale Ehrung. Die Verleihung war in Neustadt vom Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Süd, vom Herrn Kopf, Kopf heißt er, war sehr schön, etwas anders wie in Worms. Dort wurden immer nur einzelne Leute eingeladen und einzelne Leute bekamen die Medaille. Hier der Rahmen im Mozart-Saal, für mich natürlich als Wormser das richtige Ambiente, das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Wertschätzung Ihrer Arbeit. Jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der Herr Berg die Hände in den Schoß legt. Wie sehen Sie denn Ihre Zukunft? Also ich werde auf jeden Fall drei Dinge weitermachen. Es wurde hier kurz vorhin angesprochen, ich betreue noch die ehemaligen Schulleiter im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz und halte da noch ein bisschen die Kontakte, dass die älteren Leute sich auch, wenn ich von älteren Leuten spreche, meine ich natürlich auch mich, dass die sich ab und zu mal wieder sehen. Aber mein Hauptschwerpunkt wird weiter sein bei der Domgemeinde und beim Caritasverband. Wir sind ja mit der Dom-Außenrestaurierung noch lang nicht fertig. Wir haben 2002 begonnen und gerade gestern oder vorgestern war ein Bericht, wir hoffen, dass wir bis 2030 in dieser Gegend irgendwann mal fertig werden. Wir müssen die ganze Südseite noch machen, haben zum Glück da auch Bundesmittel zugesagt bekommen, sodass dort jetzt Zug um Zug es weitergehen kann. Es sind zwar relativ komplizierte Antragsverfahren, aber wir haben da kompetente Leute, die werden das machen. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann fertig sind, könnte man eigentlich gerade vorne wieder anfangen. So ist es bei den alten Bauwerken. Richtig, stimmt. Herr Berg, dazu wünsche ich Ihnen viel, viel Erfolg, vor allem viel Gesundheit, eine stabile Gesundheit und darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute als Verdienstmedaillenträger der Stadt bei uns waren. Dankeschön. Ich bedanke mich auch für die Einleitung, hat mich sehr gefreut. Auf mein anderes Hobby Motorradfahren wollte ich eigentlich nicht eingehen, weil ich im Moment etwas unter Rückenschmerzen leide. Mein Motorrad war mal umgefallen, ich wollte es aufheben. Da hat mein Rücken doch gesagt, sei vorsichtig, du bist nicht mehr der Jüngste. Aber das ist auch etwas, wo ich ganz gern mache. Ich konnte meine Frau noch nicht überreden, dass wir die Route 66 einmal zusammenfahren. Das ist vielleicht auch noch ein Traum. Dann hoffe ich, dass dieser Traum auch für Sie in Erfüllung geht. Vielen Dank für die Einladung und das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.